Zieht genau vom Süden her. Aber mit ordentlich Musik beladen. Die Einschläge kommen einfach näher. Hoppala. Okay, wir kommen ein bisschen in Deckung. Jetzt geht's los. Scheiße, jetzt hagelt's. Man hört jetzt zu rauf. Und gerade war hier ein Schlag 1 in der Nähe. Und jetzt gehauen wir mal. Jetzt schließt jetzt zu enorm. Und jetzt wird der Eischlein, der Riechlein untertitelt. Und jetzt dritte die Einflüge. Zieht ein bisschen. Riechlein. Das ist ein bisschen drauf. Ich hab da alles. Das ist ein bisschen. Vielen Dank. Hört ja nie auf. Ich kann den Schneeflieberkart aktivieren. Mann, oh Mann. Ich kann den Schneeflieberkart aktivieren. Ich kann den Schneeflieberkart aktivieren. Ich kann den Schneeflieberkart aktivieren. So, so, so. so jetzt geht es wieder in den regen über da bilden sich schon schön die pfützen mein lieber schalte glatteis im sommer muss man aufpassen rutscht ziemlich ich glaube da kommt man mega formation auf uns zu rollwolken oder wie auch immer man die nennen mag verspricht aber keinen strahlenden sonnenschein ja blitze ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020